Im Streit um die Zukunft der Zeppelin Stiftung, dass Sie die Position der Stadt Friedrichshafen in einem Satz zusammenfassen. Man ist sich völlig sicher, auch in Zukunft die Stiftung verwalten zu können. Das sagen führende Verwaltungsjuristen und Ihre Argumentation genau, die erfahren Sie jetzt. Hallo, Friedrichshafen, das Stadtmagazin. Pressekonferenz dieser Tage im Rathaus in Friedrichshafen und schon gleich am Anfang fällt mit der wichtigste Satz. Ich glaube, dass dieser Antrag nicht die geringste Aussicht auf Erfolg hat. Mir ist in den knapp 30 Jahren meiner beruflichen Laufbahn kein rechtliches Begehren begegnet, das so ersichtlich erfolglos war wie dieses. Der erfahrene Rechtsanwalt bezieht sich dabei auf einen Antrag, der beim Regierungspräsidium Tübingen von Albrecht von Brandenstein Zeppelin, Urenkel des legendären Luftschiffgrafen, gestellt wurde. Im Kern geht es um die Zeppelin Stiftung. Sie wird seit 1947 von der Stadt verwaltet. Doch Albrecht von Brandenstein Zeppelin hält dies für unrechtmäßig. Er will mit seinem Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen erreichen, dass die ursprünglich von Ferdinand Graf von Zeppelin eingerichtete Selbstständige Stiftung wiederbelebt und danach nicht mehr von der Stadt verwaltet wird. Das aber entbehre jeglicher Grundlage. So das einhellige Urteil der Juristen, die die Stadt Friedrichshafen beauftragt hat. Sie sind sich im entscheidenden Punkt sicher. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass dieser damalige Rechtsakt der deutschen Behörde rechtmäßig war und dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass im damaligen Recht dieser Rechtsakt auf rechtliche Bedenken hätte stoßen können. Der Zeppelin, er ist Symbol für die Entwicklung der Stadt Friedrichshafen in den vergangenen Jahrzehnten. Denn die Zeppelin Stiftung, die von der Stadt verwaltet wird, hält die Mehrheitsanteile an der ZF Friedrichshafen AG und der Zeppelin GmbH. Die Erträge verwendet die Stadt satzungsgemäß für gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Ein Jugendhaus und ein Pflegeheim gehören dazu, aber auch das Medienhaus K42 und das Kraftzeppelinhaus. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, sind sich die von der Stadt beauftragten Rechtsexperten sicher. Erleichterung im Rathaus. Es ist für die Stadt ein gutes Ergebnis und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Juristen kommen zu einer klaren und eindeutigen Einschätzung. Ein aussichtsloses und erfolgloses Unterfangen des Graf Brandenstein und sein Sohn gegen die Stadt angezettelt hat. Derzeit liegt der umstrittene Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen. Die Stadt geht davon aus, dass er dort abgelehnt werden wird. Doch selbst wenn Albrecht von Brandenstein-Zeppelin danach gegen die Stadt vor Gericht ziehen sollte, bleibt man im Rathaus gelassen. Es gibt keine Rechtsunsicherheit. Alles, was wir getan haben in den vergangenen fast 70 Jahren, war rechtlich, war korrekt und wurde nicht beanstandet. Hinzu kommt, die Familie von Brandenstein hat bereits 1952 auf sämtliche Rechtsbehelfe gegen die Auflösung der alten Zeppelin-Stiftung verzichtet. Albrecht von Brandenstein-Zeppelin selbst hat dochmals vor 25 Jahren gegenüber der Stadt ausdrücklich darauf verzichtet, die Existenz und Tätigkeit der städtischen Zeppelin-Stiftung infrage zu stellen. Umso unverständlicher erscheint im Rathaus die jüngste Kehrtwende der Familie Brandenstein-Zeppelin. Beruhigend dabei die Feststellung der Rechtsexperten. Die Stadt Friedrichshafen muss sich keine Sorgen machen. Ich glaube, dass die Rechtsposition der Stadt Friedrichshafen sehr gut begründet und stabil ist. Und dass die Antragsteller den Antrag gestellt haben, um die Stadt Friedrichshafen unter Druck zu setzen, ohne juristisch handfeste Argumente hinter sich zu haben. Mit einer Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen ist im ersten Quartal 2016 zu rechnen. Bis dahin werden die Stadt und deren Vertreter gelassen bleiben. Bleibt mir zum Schluss noch auf nächste Woche zu verweisen. Dann berichten wir über das Leben auf der Bodenseeweihnacht hier in Friedrichshafen. Und diese Ausgabe von Hallo Friedrichshafen können Sie natürlich im Internet nachschauen unter www.hallo.friedrichshafen.de. Ich wünsche Ihnen schöne Erwennstage und wir sehen uns bald an gleicher Stelle. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.